Ich bin im Garten. Oh, ich habe ein Marienkäferchen gefunden. Das kann ganz schnell laufen. Hoi Marienkäferchen, kannst du fliegen? Kommst du heute Abend auch im VIP-Kurs? Im VIP-Kurs reden wir darüber, was wir können. Kannst fliegen, kannst schwimmen, wie schnell kannst du springen. Und wir haben eine Geschichte von einem Skateboarder. Bist du auch schon einmal Skateboard gefahren? Kannst du Skateboard fahren? Ich muss sagen, ich bin nie im Skateboard fahren. Ich habe es vielleicht höchstens 5 Minuten gemacht in meinem Leben. Und da wird man kein Meister nach 5 Minuten. Aber mein Sohn, der übt viel Skateboarden. Und wir haben eine Geschichte. Aber jetzt muss ich noch ein bisschen den Garten aufräumen, weil es schönes Wetter ist. Und später können wir darüber reden, wie er haushöch kumpen. Und heilfroh ist, dass er sich nicht zu fest verletzt hat. Ja, darüber wollen wir heute Abend reden. Am 8. Im VIP-Kurs auf Swiss German Online. Du bist herzlich eingeladen. Und kannst den Kurs einen ganzen Monat lang gratis testen. Jeden Montag haben wir eine neue Geschichte bereit. Eine interessante Geschichte. Und mit viel neuem Wortschatz. Und nachher ein Zoom-Treffen. 30 Minuten lang. Wenn du willst, kannst du sogar mit uns Schweizerdeutsch üben reden. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis später. Ah, look, da ist es. Es ist der.